Ich möchte dann jetzt zu dem ganz wichtigen Teil übergehen, nämlich Ihnen den Förderbescheid überreichen und ich gucke jetzt mal, wer denn Empfänger, das ist denn der Förderverein in Person als Vorsitzender. Also, ich zitiere mal, Zuwendung aus Mitteln der Denkmalpflege, Denkmalschutz, Sonderprogramm 4, der Beauftragte der Kultur und der Medien vom 12.07.2013, Bundesmittel in Anwendung des Landesrechts für den Raddampfer Kaiser Wilhelm in Lauenburg, Kreis Herzog von Lauenburg und dann steht hier die Summe 400.000 Euro. Ich bereiche Ihnen jetzt den Förderbescheid und wünsche Ihnen eine glückliche Hand und viel Freude mit dem Raddampfer hier in Lauenburg. Herr Brackmann, Ihnen nochmal herzlichen Dank. Wenn du vielleicht möglicherweise einem der Herr nochmal die Hand schüttelst, ich schüttel nochmal den Kärz. Dann kann ich das angucken, das wäre klar. Danke schön. Danke schön.